so leute nachdem dieses mystery booster conventionation mich so hart so hart traurig gemacht hat gehe ich jetzt zurück zu etwas was mich bisher fast noch nie enttäuscht hat deswegen kommen jetzt noch ein zwei karten davon wir haben den sumpf waldfriedhof kommt getappt ins spiel wenn man einen sumpf oder einen wald kontrolliert und erzeugt grünes oder schwarzes coole karte flammenschwall drei mana für der schwammenschwall fügt jeder kreatur die nicht fliegt außer fliegenden kreaturen die du kontrollierst so zwei schadenspunkte zu und lotusfeld noise ist ein land das ist fluchssicher es kommt getappt ins spiel wenn es ins spiel kommt opfert man zwei länder und man kann tappen für drei mana beliebiger farbe das ist cool das ist ein cooles land das ist ein richtig cooles land ist ein guter pull schön hier wie gesagt ich finde es auch so wichtig dass hier halt wieder so ein land drin ist und nicht so eine so eine komische promokarte ich weiß viele leute sagen nee die die anderen sind viel besser die neuen mit diesem code ich finde actual cards einfach cooler als irgendwelche booster packen und somit verleib ich wir sehen uns euer blechsee tschau tschau